Was geht YouTube und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute habe ich einfach mal Bock mit euch das Season 3 Event bzw. die dritte Season anzusprechen, was da Neues drinne vorkommt. Das sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei, ich werde euch heute einfach mal hier ein paar Sachen vorlesen. Vorweg erstmal im Hintergrund werde ich euch ein kleines Gameplay-Ausschnitt zeigen. Ich weiß nicht, auf welcher Map das ist, ich werde einfach ein paar Gambling-Clips zusammenschneiden und eventuell zu dem, was ich gerade gleich erzähle, einfach mal ein paar Sachen einblenden, wenn ich da was finde. Ja, man kann auf jeden Fall nicht zu allem, was einblenden, weil zu Season 3 noch nicht viel veröffentlicht wurde, ja. Also die Roadmap ist auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht. Auch auf jeden Fall ein großes Dankeschön an die Facebook-Gruppe von Jan und Valencia. Der Link von der Facebook-Gruppe ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch mal gerne reinsteppen, da findet ihr immer wirklich alle neuen Infos zu COD. Auch nicht nur Neuerungen, auch nette Leute dabei, wenn ihr mal jemand zum Zocken braucht, seid ihr da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Da gehen auf jeden Fall schöne Grüße raus, ja. Ja, Leute, fangen wir einfach mal ganz simpel an, wann erscheint die Season 3, ja. Ich habe hier ein kleines Skript gemacht, was ich so ein bisschen runterratte, ja. Ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar Sachen recherchiert. Und die dritte Season kommt auf jeden Fall am 22. April raus, kurz nach der Season 2. Die Season 2 ist ja in ein paar Tagen vorbei, ich glaube in 8 oder 9. Wir haben jetzt heute den 13. Vierten. Ich habe vor, das Video am Mittwoch, also morgen hochzuladen. Je nachdem, vielleicht sogar heute schon, ne. Heute kam ja das Milano-Setup. Aber Leute, das ist nicht das Thema. Kommen wir einfach mal zum Battle Pass, ne. Und zwar der Battle Pass wird 1000 COD Points kosten. Und dieses Mal kann man sogar Plus machen, ja. Also wenn ihr ordentlich spart, könnt ihr 300 CP Points am Ende Plus machen. Normalerweise war das ja immer so, dass man, glaube ich, auf keinen Überschuss kam, sondern halt wirklich das, was du rausgeholt hast, ne, reingesteckt hast, auch wieder rausgeholt hast, ne. Also, dass du das Geld für den neuen Battle Pass hast. Aber diesmal ist es so, dass man wirklich ein bisschen Plus machen kann, ja. Wenn man sich keinen Operator oder so kauft oder keinen Pack, ne. Man bekommt wie immer am Anfang zwei oder einen neuen Operator Skin, ne. Nebenbei bekommen wir wie in Season 2, zwei neue Waffen zum Freispielen. Um welche es sich halt handelt, ist noch unklar. Ne, wie eben vorhin schon erwähnt, es ist noch nicht so viel veröffentlicht, was es da alles gibt. Nebenbei kommen neue Waffenblaupausen hinzu. Und ansonsten, wie immer, gibt es neue Visitenkarten. Embleme, Sprays, Talismane. Aber mehr wird man auf jeden Fall, glaube ich, in dem Battle Pass dann erfahren, auf jeden Fall. Wurde auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht, ne. Anschließend bekommen wir auch neue Waffen im Multiplayer-Modus. Ne, hier ist aber Vorsicht geboten, ne. Die Waffen, also um welche Waffen es sich handelt, ist bisher noch unklar. Ne, es gibt auf jeden Fall ein paar Leaks und ein paar bestätigte Sachen. Aber da kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen hinzu. Und ein paar Sachen können sogar noch wegfallen, ja. Wie zum Beispiel das Schild, was ich gleich vorlese, ne. Ne, und zwar bekommen wir auf jeden Fall, also ich sag jetzt nicht auf jeden Fall, sondern ich sag einfach mal, er steht im Raum, dass man auf jeden Fall die Scorpion, das ist eine SMG. Bekannt war die aus BO1. Anschließend bekommen wir eine vollautomatische Pistole, das ist die CZ-75. Höchstwahrscheinlich, ja. Ne, ist eine weitere Black Ops Veteranwaffe. Anschließend bekommen wir die Dragunov-Sniper, ne. Existiert bereits in Warzone, könnte jetzt auch für Cold War kommen. Anschließend haben wir einmal die FAL, ne. Das ist, äh, die gibt es auf jeden Fall auch schon in Warzone. Und gab es auch in Black Ops 2, wenn ich mich nicht irre. Das glaube ich nur, das ist nicht bestätigt. Anschließend haben wir auf jeden Fall, äh, noch was richtig cooles, ne. Da haben wir einmal das Schild, das haben wir auf jeden Fall auch in Warzone, aber noch nicht in Cold War, ja. Das ist ein Schild, äh, wo man hindurchsehen kann, ne. Aber Leute, ist auf jeden Fall noch nicht, äh, bestätigt. Anschließend bekommen wir einen Bogen, ne, wer weiß. Und feststehen könnte auch, das waren wir eventuell aus Fun Baseballschläger bekommen, ja. Das ist dann eher so, fast wie so eine Machete gehalten, ja. Macht nicht mehr, oder den Hammer, ein Hammer. Kennt ihr auf jeden Fall, ne. Neben den Waffen bekommen wir dann auch neue Feldaufrüstungen und Scorestreaks, ne. Zum Beispiel bekommen wir, lese ich jetzt einfach mal die Feldaufrüstungen vor, die neu kommen. Äh, das ist einmal das Firing Shield, das ist einmal ein Schild mit Waffe zum Aufstellen, ja. Anschließend haben wir einmal die Barbet Rye. Das ist einmal eine Feldaufrüstung, wo man so eine Barrikade aus einem Stacheldraht hat, ja. Äh, anschließend bekommen wir den Flammenwerfer rein, ja. Da waren ja auch schon mehrere Spekulationen. Ich glaube, äh, auf den Flammenwerfer warten wir sogar seit Season 1, wenn ich mich nicht irre. Also da, wo Raid rauskam, ich glaube, da waren im Intro ein paar, äh, Szenen auf jeden Fall von einem Flammenwerfer. Deswegen kann auf jeden Fall sein, dass wir jetzt soweit sind. Äh, anschließend bekommen wir die Hundestaffel. Ich persönlich dachte auch, dass wir die Hundestaffel in Season 2, im Midseason bekommen oder anfangen, ne. Da war auf jeden Fall Rivas oder so, oder ein Operator war da auf jeden Fall mit einem Hunde. Und da dachte ich, dass es jetzt schon soweit ist, aber Leute, da habe ich mich getäuscht. Vielleicht bekommen wir sie ja sogar jetzt, ne. Anschließend bekommen wir einen Präzisionsluftschlag, wie in Modern Warfare oder in Warzone, ne. Aber Leute, was genau davon kommt und wann es kommt, ob es jetzt zum Midseason kommt, also zum Midseason von der dritten Season kommt, ist noch nicht fest. Wir sind auf jeden Fall gespannt und die Roadmap wird uns da auf jeden Fall mehr sagen können, ja. Kommen wir jetzt einfach mal mit Abstand zum geilsten Punkt, meiner Meinung nach, ne. Und zwar, ja gut, auch zum geilsten und auch persönlich irgendwo auch zum schadesten Punkt, ne, wenn man das so sagen kann, und zwar die Maps, die ich gleich vorlese. Es kann sein, dass einige davon reinkommen, es müssen aber nicht, ne. Finde ich persönlich schade, sind auf jeden Fall ein paar richtig geile Maps dabei. Ich lehre jetzt einfach mal vor. Und zwar bekommen wir einmal eine Map, ich glaube, die ist sogar Fakt, dass die reinkommt, und zwar einmal Echolons, einmal eine Map, die wir so noch nicht kennen, ja. Irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht. Das ist eine komplett neue Map, aber sie soll aus Highrise und Dome sein, ne. Dome kennen vielleicht einige von euch, das ist eine Map aus MW3. Sehr geile Map auf jeden Fall, aber Leute, das wirkliche Highlight, das kommt noch, ja. Anschließend Dune oder Dunn, ne, das ist eine Feuertruppenkarte, die ist im Wüstenstil gehalten, soll in der Nähe des Uralgebirges sein. Uralgebirg sagt uns immer was, ich glaube, das waren auch die Berge in der Season 2, wenn ich mich nicht irre. Und dann lese ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Multiplayer-Maps, vor die im Rande stehen, ja. Einmal Fallenrange, einmal Summit, die zwei Maps kenne ich jetzt nicht, kann ich mir auch nichts darunter vorstellen. Einmal Jungle, anschließend Standoff und Slums aus BO2, ja. Ich habe auch gehört, Hijack könnte auch vielleicht drin sein, aber Leute, das ist nur eine Vermutung von mir. Ich habe es in mehreren Foren gelesen, ob es reinkommt, weiß ich nicht, aber Leute, ich denke mal, bevor Hijackt reinkommt, wird dann, glaube ich, erst Standoff reinkommen, ja. Weil wirklich nur wenige Leute haben behauptet, dass Hijackt reinkam und ja, Leute, so sieht es auf jeden Fall aus. Kommen wir jetzt einfach mal zum Zombie-Modus, zu den Zombie-Neuerungen, ja. Auf jeden Fall, Leute, haben wir hier ganz simpel einfach wieder neue Komponenten, eine neue Story im Outbreak-Modus, neue Hauptquests. Es gibt eine neue Map zum Beispiel, Kino der Toten, das ist eine Map, die in Berlin spielen soll. Ich werde da auch jetzt ein kleines Bild einblenden, das weiß ich auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall was gab. Anschließend bekommen wir neue Gegnertypen, zum Beispiel Zombie-Bösse, ja, eine neue Story habe ich eben vorgelesen, ne, Outbreak-Modus. Ansonsten sollen sehr viele Easter Eggs reinkommen, habe ich mir sagen lassen und auch eine neue Wunderwappe ist auf jeden Fall zu erwarten, ja. Auf jeden Fall, Leute, wie eben schon erwähnt, zum Zombie-Modus kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich ihn nicht persönlich zocke. Ich habe jetzt einfach nur so ein paar Sachen rausgeschrieben, die mir vor die Linse gekommen sind, um euch da auch was ein bisschen zu erzählen, ne. Und ja, genau, und es sollen auch zu Beginn ein oder zwei Mega-Events stattfinden, wie damals beim Stadion, wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt. Aber, Leute, mehr habe ich auch nicht, so was hier in Zombie-Modus angeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass da wirklich wieder neue Fahrzeuge und neue Feldausrüstungen wieder am Start sind, ne. Aber, Leute, das sind wirklich nur Spekulationen. Verlasst euch da nicht drauf. Also, ich denke mal, die Tage werden da auf jeden Fall mehr Infos kommen, ne. Und, Leute, jetzt kommen wir auch wieder mal zu einem interessanten Punkt, ja. Kommen wir einfach mal jetzt zu Warzone, ja. Viele Leute haben es ja mitbekommen, die im Stream dabei waren. Ich habe jetzt auch angefangen, Warzone zu spielen, ja. Hat auf jeden Fall gebockt. Das Video kommt auf jeden Fall die Tage online. Ist sehr lustig geworden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Aber, Leute, weg mit der Werbung. Wir kommen jetzt einfach mal zum Themenbereich Warzone, ja. Und zwar, hier ist auch mal wieder nicht viel bekannt. Ich kann hier einfach nur wieder ein paar Spekulationen einwerfen, die ich gelesen habe. Und zwar habt ihr das ja bestimmt mit den Raketen mitbekommen, die über Verdansk fliegen. Wie viele haben wir auch schon spekuliert, was sie damit auf sich haben können. Viele haben gesagt, hm, die Map geht kaputt. Die Map wird verändert. ETC, ne. Im Internet konnte ich persönlich nichts finden, außer eine Visitenkarte, wo drauf steht, wer Dunks, Ghost, Boom, meine ich, stand da. Ja. Ob wir jetzt eine zweite Map bekommen oder die Map einfach verändert wird, ist auf jeden Fall noch nicht bestätigt. Ne. Da haben wir keine Infos zu. Oder halt, ob wir auf einer komplett ruinierten Warzone-Map spielen, ist beides unklar. Beides wäre auf jeden Fall denkbar. Auf jeden Fall, äh, habe ich gelesen, dass es Rebirth Island bei Nacht geben soll, ne. Also die Map soll auf jeden Fall bei Nacht spielen. Und es sollen einige Orte neu dazukommen, ne. Dazu einmal Bridge, einmal Summit, einmal Crossing und einmal Zoo, ne. Das sind die Orte, die neu dazukommen. Ich denke mal, da wird man auch genaueres mit der Zeit auf sich, äh, ja. Ich sag mal, da wird man im Laufe der Zeit auf jeden Fall ein paar mehr Informationen bekommen. Das sind jetzt wirklich nur die ersten Informationen, die ich, äh, in den ersten Foren und Seiten gelesen habe. Ich denke mal, da wird auch noch vieles geändert. Vieles wird dazukommen, ne. Je nachdem, eigentlich sind meine Aussagen ja eigentlich immer genau gewesen und die unterscheiden sich jetzt auch nicht so stark, ja. Ich bin auf jeden Fall Hype, was, äh, die Multiplayer-Maps angehen, weil ich ein sehr großer Multiplayer-Zocker bin. Ich habe auch auf jeden Fall Bock auf die neuen Waffen, die dazukommen und die neuen Tarnungen. Da bin ich auf jeden Fall Hype drauf. Und, ja, Leute. An der Stelle habe ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich habe eigentlich alles genannt. Wenn ich irgendwas Neues mitbekommen sollte, werde ich da auf jeden Fall noch ein zweites Video machen. Das soll jetzt erstmal nur so ein kleines, äh, Anteaser-Video sein von der Season 3, ja. Und, genau. An der Stelle, Leute, falls ihr euch für weitere COD-Videos interessiert, könnt ihr gerne mal den Kanal abchecken. Da findet ihr wirklich wöchentlich zwei bis drei Videos, äh, zum Thema COD. Mal das auch eine Reaction dabei. Aber, Leute, hauptsächlich ist bei mir COD am Stüssel, ja. Und, genau. Ob es jetzt Commentaries sind, Live-Ko-Öl, ja, genau. Themen-Kommentaries, ob es jetzt Tipps und Tricks sind. Ich habe auch letztens ein Video gemacht, dieses Add-ons wird kopiert-Fehler. Falls ihr da jemanden kennt, der das Problem hat, kann gerne mal den Kanal abchecken. Da finde ich auf jeden Fall die Lösung. Und, ja. An der Stelle, Leute, bin ich raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.